Ja moin meine lieben Junges, äh, falscher Kanal würde ich eher sagen, nein, hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zu einer kleinen App Review, mal ganz selten was davon wo ich App reviewe, aber es hat sich mal wieder angeboten, ähm, es gibt ja äh, den Teil von Apps, die machen Sinn, es gibt andere Teile von Apps, die sind ganz lustig, dann gibt es wiederum andere Apps, die sind ganz nützlich und es gibt Apps, bei der man sich nur an den Kopf schlagen kann. Davon habe ich bei meiner gestrigen Tour durch den Play Store mal wieder jede Menge interessante Dinge gefunden und unter anderem bin ich doch ganz verblüfft, ähm, als ich eine DNR und eine German Let's Play App gefunden habe. Mir war es bis jetzt gänzlich unbekannt, dass diese zwei Personen eine App besitzen, besitzen sie auch nicht, sondern hier ist das wieder der klassische Fall von alles klar. Ja, man kann ja heutzutage Apps genauso wie Homepages mit Baukasten erstellen, das ist ja heutzutage alles kein Problem, deswegen hat auch heutzutage jeder Pleppo fast eine Internetseite und jeder Pleppo kann auch Apps gestalten. Und da hat sich dann mal hier der liebe Avionet Duyen, äh, wie auch immer mal gedacht, ey, mach ich doch einfach mal eine DNR App, mach ich einfach mal eine GLP App, eine Prestion Plays, eine Fermoras, eine Autosis Games, whatever. Also man hat hier mehrere YouTuber da, von denen ich jetzt persönlich ganz ehrlich gesagt nur GLP und Däner kenne, aller anderen sind mir gänzlich unbekannt, was eventuell auch daran liegen könnte, dass die restlichen, äh, Let's Player eventuell nicht deutsch sind. Und, je nachdem, diese ganzen Apps von den Leuten hier sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Wir haben als Vorschaubild, in Anführungsstrichen, insgesamt dreimal, beziehungsweise fünfmal das gleiche Bild der, der jeweiligen Person, was auch gleichzeitig als Avatar dient. Mehr ist das Ganze nicht. Und, äh, die Beschreibung ist auch, äh, sehr interessant, denn wenn wir mal auf Weiterlesen gehen, Däner, und hier haben wir Däner, ein verrückter Junge mit täglichen Let's Plays, Vlogs, bla bla bla, Survival aufs Grund, hier schieß mich tot. Das wurde, äh, meines Erachtens nach, der Text kommt mir sehr bekannt vor, von, einfach von dem Portfolio von TubeOne, beziehungsweise einfach aus der Kanalbeschreibung gerippt, ist natürlich auch nicht verkehrt. Und unten noch der dezente Hinweis, aufgrund von vielen Nachrichten jeden Tag schaffe ich es, ich dir nicht mehr auf alle zu antworten. Am schnellsten lese, beantworte ich Kommentare unter aktuellen Videos. Hm? Welche Videos? Das ist jetzt halt hier irgendwie die Frage. Ähm, das Interessante, wo wir uns aber heute eigentlich beschäftigen wollen, ist, äh, folgender Faktor, wo ich euch immer nur allzu gerne davor warne, die Finger davon wegzulassen. Wir haben, wie gesagt, hier einmal die DNA-App, die hat mittlerweile auch nur 1000 Downloads, eine Bewertung von 3,7 und die vom German Let's Play hat 500 Downloads, eine Bewertung von 3,8. Warum will ich euch aber gerade vor solchen Apps warnen, beziehungsweise eigentlich schützen? Das ist ein ganz einfacher Grund. Wenn man sich die Bewerbung nur durchliest, sehr nützlich, cool, 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 kann man halt, was man davon will, aber wir gehen einfach mal auf den Button Installieren. Und da schauen wir uns mal an, auf was denn dieser nette Herr eigentlich mit dieser App alles auf uns, äh, unseren Tablet-Handy Zugriff haben will. Interessanterweise will er unseren Standort haben. Wofür? Verstehe ich nicht so ganz. Er will Zugriff auf unsere Fotos, Medien und Daten haben, das ist ja mittlerweile Standard. Er will, äh, Informationen zu unserem WLAN-Verbindungsinformationen haben, ist mittlerweile auch Standard. Aber, warum zur Hölle will er Zugriff auf unser Mikrofon haben? Warum muss die App auf unser Mikrofon zugreifen? Also, dass man einen Standard anfragt, das ist heute bei vielen Apps auch schon der Fall, ähm, wo ich schon sage, das muss man nicht haben. Aber warum, warum will diese App explizit auf unser Mikrofon zugreifen? Weil das muss sie in der Regel eigentlich nicht, beziehungsweise diese App muss es so oder so nicht. Ich akzeptiere die ganze, äh, schruze jetzt mal. Das Ganze fängt an mit Downloaden, sind genau 8 Megabyte. So, da die App ja jetzt auf, äh, unser Mikrofon zugreifen will, leite ich da mal kurzerhand eine Gegenmaßnahme ein. Das ist im Übrigen hier mein Aufnahmeprogramm, Schuh. Und gehe hier auf Mikrofon Block Free und sperre jetzt einfach mein Mikrofon. Zack, jetzt ist es zu. So, da macht die App nichts mehr. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Öffnen. So, ähm, wo ich durchaus sage, warum, äh, ich jetzt hier sage, das ist eine Standard-Baukasten, sage ich gleich. Als allererstes, wenn wir die App öffnen, kommt uns erstmal Werbung entgegen gefladert. Nicht zu verwechseln mit die Werbung, die denen jetzt was bringen würde, dass man ihn damit unterstützt. Nein, damit unterstützt man natürlich den Herr, der diese App hier programmiert hat. Zudem haben wir oben noch eine schöne, äh, Werbung drinne von Amazon für Tablets. Wer kennt's nicht? So, warum ich sage, das entsteht aus dem Baukasten, kennt man. Es ist relativ schlicht gehalten. Wir haben hier ein Video, was oben gefeatured wird. Arc Folge 50. Mega knappe Raptor-Kämpfe von Dehner. Und haben hier eigentlich, wenn man hier runter scrollen, dementsprechend einfach noch die Videos, die auf YouTube auch geüploadet wurden. Die laden nach und nach einfach unten nach. Und das war's. Wenn wir jetzt hier oben auf diesen kleinen Pick gehen, haben wir hier Dehner. Haben von Minecraft & More, können uns hier dann noch sämtliche andere YouTuber aussuchen, die ich, wie gesagt, immer noch nicht kenne. Wir können uns auch hier nochmal Dehner aussuchen, wenn wir wollen. Äh, ich suche gerade mal hier GLP, German Let's Play. Zack, lädt's das Ganze auch. Und wir kriegen nochmal Werbung. Sprich, ich müsste die App für German Let's Play gar nicht runterladen, denn ich kann's mir einfach über den Kasten hier genauso nehmen. Sollte man eventuell dazu gesagt haben. Interessante Sache, sag ich mir immer wieder. So, gehen wir mal wieder zurück auf Dehner. Und, äh, dann werden wir natürlich wieder mit Werbung begrüßt. Diese können wir jetzt auch gerne respektieren. Ihre Freundin hat gebraucht. Danke. Und gehen wir oben rechts hier, da können wir jedlichlich refreshen. Und ich kann halt einfach hier noch über die Suchfunktion sagen, alles klar, ich hätte jetzt gern mal GTA 5. Bestätige den ganzen Schruts. Und er sucht mir dann dementsprechend die Videos von Dehner für GTA 5 raus. So, was ist jetzt eigentlich der größte Dickpunkt an der ganzen Chaussee? Abgesehen davon, dass ihr das Ganze, was ihr hier seht, stinkt nochmal auch mit der YouTube App habt, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich klicke jetzt einfach mal ein Video hier an. Von mir aus, äh, Simon Unge bringt mir Minecraft Skywars bei. Dann könnt ihr hier ganz gediegen die komplette, oder fast komplette, ähm, ja, Videobeschreibung scrollen. Das ist, geht mit der Standort YouTube App auch. Und wenn ich jetzt hier auf den Pfeil klicke, kann ich mir das Video anschauen. Wenn's lädt, und lädt, und lädt, und jetzt geht die ganze Sache los. Ich schaff das! Und hab dann hier, äh, ja, mehr oder weniger auch meine Problemchen, das Ganze, zack, bei der viele Ausrichtung. Können sich's mal anhalten. Mhm. Ja, ich nehm tank. Zack. In der Mitte, man kann das Ganze anhalten. Was ist euch jetzt hier gerade mal auch bei diesem Content kurz aufgefallen? Wie gesagt, wer jetzt nicht so viel Content zeigen, ist ja, sind in dem Sinne meine Rechte. Nehmen wir mal das nächste hier. Die letzte Folge für Team Dizzy. Ich klicke hier auch wieder auf Play. Das Video lädt. Komm ganz nachher an mich, du glänzt, du glitzert. Und ich gehe jetzt noch weiter. Was fällt euch auf? Vor diesen Videos kommt keine Werbung. Ist richtig, weil hier YouTube-Werbung nicht mit eingebunden wird. Ganz einfach, weil hier wohl irgendein externer Player mit am Start ist. Der, äh, dementsprechend einfach keine Werbung in dem Sinne zulässt. Wenn ihr jetzt hier unten seht, steht YouTube. Wenn ich da nämlich draufklicke, dann öffnet sich nämlich ein neues Pop-Up. Kann ich jetzt hier nicht verwenden. Und es öffnet sich die offizielle YouTube-App. Und da habe ich wiederum Werbung. Das heißt, in der ganzen Geschichte, was ihr hier habt, könnt ihr erstens in dieser stinknormalen YouTube-App ebenfalls haben. Zweitens wird da dementsprechend auch die Werbung davor geschaltet, dass ihr jetzt mal abgesehen von DENER und von GLP einfach auch diese YouTuber oder andere YouTuber, die ihr schaut, auch dementsprechend unterstützt. Und in der anderen Sache schlagt ihr die Leuten, die sowas programmieren, nicht noch die Taschen voll, in denen hier diese beklackte Werbung noch mit eingebunden ist. Und ihr gebt, was eigentlich der ganze wichtigere Teil ist an dieser ganzen Sache, ihr gebt nicht irgendwelche sinnlosen Zugriffsrechte auf euer Tablet oder auf euer Handy aus, wie Standard, Mikrofon und WLAN-Informationen. Für was, dass die App auch immer braucht. Ja, das ist es eigentlich so schon gewesen. Ich kann euch hier kurz zeigen, die dementsprechende GLP-App funktioniert nicht anders. Wenn ich hier auf Installieren gehe, gebe ich ebenfalls wieder die ganzen Zugriffe dafür frei. Ist im Endeffekt auch nur 7 MB groß, wird installiert. Gehe auf Öffnen. Kriege hier dementsprechend die gleiche Anzeige von GLP. Kriege erstmal hier wieder schön Werbung reingebaut. Oben Amazon Tablet Werbung. Ja, und das ist das gleiche in grün. Was man auch, je nachdem, hier oben draufklicken. Einfach ein bisschen blödes Scrollen. Jetzt gehe ich auf den Dehner. Kriege wieder mal die beschissene Werbung und bin auf dem gleichen Pendel für Dehner. Cool, oder? Und dafür habe ich mir aber jetzt extra die GLP-App runtergeladen. Hm, komisch. Und jedes Mal, wenn ich hier irgendwas switche, mir auch was, wie sich hier irgendeinen anderen Gaming-Youtuber da suche. Ich sage doch, ist nicht deutsch. Ja, kriege ich jedes Mal Werbung reingebaut. In dem Sinne, Freunde, lasst einfach die Finger weg von sowas. Gebt, achtet drauf, wenn ihr Apps installiert, was die für Zugriffsrechte haben wollen. Hinterfragt euch immer, für Verbrauch die App das. Viele Apps brauchen Zugriffe auf eure Bilder und Daten, weil ihr da Screenshots irgendwas machen könnt. Wenn Mikrofon angefragt wird, weil es eventuell Sprachsteuerung hat. WLAN-Informationen ist heutzutage nichts mehr Neues. Standard-Lokalisierung ist auch so eine Sache. Solltet ihr euch immer überlegen, für was braucht das die App. Und ja, geht mit euren Daten gewissenhaft um. Es ist zwar schon mal gar nicht so verkehrt, dass das Ganze zwar kostenlos ist. Und ja, von mir aus werden die netten Herren namens DNA, GLP und Schießmischloth, wer das auch immer noch anders war, auch nichts dagegen haben. Aber lasst die Finger von sowas, weil ihr gebt damit im Endeffekt immer nur Privatsphäre und Zugriffsrechte für die Leute frei. Die im Endeffekt auch nur zwischenzeitlich da halt mit Profit machen. Wäre das eine App, die komplett werbefrei ist, dann würde ich auch nichts dagegen sagen. Dann ist es eine nette Fan-Aktion oder eine nette Fansache ohne Frage. Aber da nur noch mit Werbung alles zuzuknallen. Ganz ehrlich, schaut es euch über die normale YouTube-App an. Damit ist den Leuten mehr geholfen als wie durch so ein Spittel hier. In dem Sinne, das war es mit dieser kleinen App-Review. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Den Download-Link zu den Apps findet ihr natürlich nicht in der Videobeschreibung. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich. Tschü-tü-lü.